Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es wieder mal um Forms und zwar um die Reactive Forms dieses Mal. Das heißt nicht mehr um unsere Template Forms, sondern um Reactive Forms. Dazu müssen wir natürlich erstmal hier im App-Modul einen neuen Import definieren. Das heißt wir haben jetzt nicht mehr das Forms-Modul, das ist für die Template-Driven Forms, sondern wir haben jetzt hier das Reactive Forms-Modul und natürlich müssen wir auch das Reactive Forms-Modul hier unten angeben, statt dem normalen Forms-Modul. Und dann können wir schon damit arbeiten. Was genau ist jetzt ein Reactive Forms-Modul? Naja, hier wird euch einfach genau das gegeben, was ihr sozusagen selbst euch schreibt. Also es wird nichts von Angular für euch übernommen. Beim Template-Driven war das ja alles sozusagen automatisch. Jetzt habt ihr sozusagen hier die Macht und müsst alles selbst definieren. Ihr habt gar keine andere Wahl. Ihr müsst es selbst definieren. Und das ist auf der einen Seite natürlich ein bisschen schnell, ein bisschen viel mehr Code, aber dafür habt ihr mehr Kontrolle über alles. Das heißt ihr könnt genauer sagen, okay, das gehört jetzt dazu und so weiter und so fort. Ja, alles klar. Fangen wir an. Hier oben dieser Name von meinem Formular, den kann ich so nicht mehr schreiben. Ich brauche jetzt hier ein sogenanntes Form-Group-Element. Form-Group ist gleich Login-Form, nenne ich das Ganze einfach mal. So, jetzt habe ich natürlich hier auch den Namen für mein Formular nicht mehr. Das heißt, ich muss hier irgendwie bei meinem Submit das rauslassen. Okay, ist in Ordnung, kann ich machen ohne Probleme. Jetzt habe ich aber hier immer noch alles falsch und woran liegt das Ganze? Ich rücke hier das mal ein, damit man sieht, was zusammen gehört und damit man auch sieht, was in eine Gruppe gehört. Okay, Field-Set bedeutet, ich habe irgendwas gruppiert. Deswegen habe ich ja auch hier dieses ng-model-group. Jetzt muss ich hier allerdings hergehen und das Ganze ersetzen durch ein Form-Group-Name. Ist gleich Name, haben wir glaube ich gehabt. Und hier muss ich auch hergehen und ng-model- jeweils ersetzen durch Form-Control-Name. Und das war in meinem Fall Vorname. Und hier haben wir Form-Control-Name-Nachname. So, und hier unten einfach genau dasselbe. Nochmal Form-Control-Name gleich Passwort. Entschuldigung. Beziehungsweise einfach nur Pass, das reicht auffällig aus. Und jetzt geht es weiter. E-Mail habe ich rausgemacht im letzten Video schon. Brauchen wir jetzt hier gerade nicht mehr. Jetzt müssen wir allerdings in unserer Website-Component-TypeScript-Datei hier, müssen wir alles ändern. Also nicht alles ändern, aber wir müssen viel neu definieren. Wir müssen nämlich die ganzen Handler und die ganzen Controls müssen wir hier alle definieren, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Und das machen wir, indem wir hier, Achtung und der Name muss derselbe sein. Wir nehmen uns den Namen Log-Inform. Das ist hier eine Variable sozusagen, die ich da drüben gesetzt habe. Nennen wir Log-Inform, logischerweise ist gleich New. So, jetzt müssen wir gucken, was haben wir ganz außen? Okay, also ganz außen haben wir hier eine Form-Group. Okay, machen wir. Also ist eine New-Form-Group. New-Form-Group wird automatisch importiert. Das heißt hier oben von AddAngularForms. Keine Sorge, macht das alles für euch. Gut, hinten dran machen wir erstmal zu. Und jetzt geht es weiter. Was haben wir innen drin? Eine New-Form-Group beinhaltet hier in unserem Fall eine Group und eine Nicht-Group. Also ein normales und eine Gruppe. Okay, also gehen wir jetzt hierher und machen hier erstmal New-Line. Wir brauchen erstmal, ah verdammt, das habe ich vergessen. Wir brauchen erstmal hier diese geschweiften Klammern. Und dann machen wir New-Line, damit wir das auch schön aufgesplittet haben direkt. So, jetzt, wie heißt das Ding? Naja, schauen wir nach. Es ist der Name. Okay. Eine New-Form-Group offensichtlich mit dem Namen Name. Okay. Also Name, Doppelpunkt, doch nicht da hinten, bin ich verrückt. Name, Doppelpunkt, New-Form-Group. So, selbes wie gerade eben auch wieder, geschweifte Klammern auf. Unsere Form-Group hier drin besteht jetzt aus was? Na ja, aus erstmal dem Vornamen und dem Nachnamen. Das sind normale Control-Elemente. Das heißt, wir haben hier einfach New-Form-Control. Ja, ja, okay. Nehmen wir an, ich könnte tippen, dann würde ich hier New-Form-Control stehen. So, die Klammern darf man hier auch nicht vergessen. Das ist jetzt, wie haben wir es genannt, Vornamen. Gut. Nächstes Element ist der Nachname. Nachname, Doppelpunkt, New-Form-Control. Okay. So, das ist der erste Teil. Jetzt kommt der zweite Teil. Und das ist jetzt außerhalb der Gruppe. Also das ist jetzt unser Passwort hier unten. Das ist außerhalb von der Gruppe. Die Gruppe geht nur, bis der Nachname zu Ende ist. Hier unten, das Passwort gehört nicht mehr dazu. Die Label gehören alle nicht dazu. Das heißt, ich brauche hier ein Komma und ein New-Form-Control-Element, das natürlich hier den Namen Pass trägt. Ich habe Pass genannt, soweit ich weiß. So, und jetzt haben wir alle Elemente in unserem Log-In-Form fertig. Jetzt müssen wir hier natürlich noch unsere Log-In-Funktion umschreiben, weil die war ja auch für Template-Driven gedacht. Die hatte ja hier einen Parameter mit, den haben wir jetzt nicht mehr. Den können wir ja gar nicht hier haben, weil wir den Namen überhaupt nicht kennen. Jetzt haben wir hier übrigens auch keine Fehler mehr. Hier haben wir keine Fehler mehr. Jetzt haben wir nur noch hier unten, was wir schon machen müssen. Und zwar Console.log. So, was wollen wir jetzt loggen? Achtung, wir sind in einer Klasse. Das bedeutet, das, was wir hier gerade als Log-In-Form erstellt haben, das ist jetzt tatsächlich endlich mal für uns hier unten zugreifbar. Das heißt, wir können über this.log-In-Form alles benutzen, was da drin steht. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, darüber natürlich auch zuzugreifen. Also, wir können jetzt noch weitermachen. Punkt, Add Control oder Controls oder ja, Get, solche Sachen können wir alles machen. Wir wollen jetzt hier allerdings nur dieses Log-In-Form einfach komplett so hier loggen und dann schauen wir uns mal an, was hier gerade passiert. Ich bin, warum auch immer ich hier weitergeleitet wurde, ich müsste eigentlich auf Website sein. So, ja, jetzt bin ich wieder hier auf Website. Das heißt, ich kann hierher gehen und kann sagen, ich möchte Vorname, irgendwas, Nachname, nochmal irgendwas und Passwort, nochmal irgendwas. So, und jetzt sehen wir hier Form Group. Das ist jetzt komplett alles, was wir hier gelockt bekommen haben. Hier sehen wir jetzt sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Und das ist jetzt auch natürlich voller Informationen, die ihr alle irgendwie verwenden könnt. Hier der Status Valid zum Beispiel ist sehr interessant. Values sind das, was wir tatsächlich hier bislang immer hatten. Also, wir haben hier den Vornamen, den Nachnamen und das Passwort. Wir haben hier Status Changes. Das ist vielleicht nicht so interessant. Wir haben hier die Controls. Also, wir können hier auf die einzelnen Formen Group mit dem Namen gehen. Dann haben wir hier nur dafür die Values. Wir haben hier aber auch noch Pass, da stehen dann auch, oder da steht der Value drin, ist ja nur einer. Wir sehen jedes Mal für einzelne Elemente, ob sie Valid sind. Wir sehen natürlich auch insgesamt, ob es Valid ist. Das heißt, wir haben hier sozusagen einfach objektorientiert die Lösung gefunden für unsere, also, Reactive Forms sind sozusagen die objektorientierte Form von Template-Driven Forms. Und die können aber trotzdem noch genauso viel. Also, das, was ich euch letztes Mal gezeigt habe mit dem ng-Dirty und so weiter, ist auch kein Problem. Ja, wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen, haben wir jetzt hier natürlich noch deutlich mehr Möglichkeiten, weil wir hier einfach alles als objektorientierte Form sozusagen zur Verfügung haben. Sprich, die haben eigentlich schon so ziemlich alles, was man sich wünschen kann, weil Angular natürlich einfach extrem viel Funktion da reingebaut hat. Und die können wir hier einfach benutzen. Ja, und ein Beispiel wäre jetzt hier, wir können diese komplette Form einfach zurücksetzen. Wir können aber auch einfach sagen, was genau wir zurücksetzen wollen. Also, sagen wir einfach mal, ich möchte nach dem Login alles zurücksetzen. Sage ich this.loginform.reset. So, schauen wir uns an, was das genau tut. Und zwar gehen wir jetzt hier mal wieder auf die Website. Und ja, okay, es ist schon wieder resettet. Ich weiß. So, jetzt ist nichts passiert. Ich logge in und jetzt verschwinden diese ganzen Werte. Klar, weil wir es ja natürlich in die Login-Funktion reingeschrieben haben, dass die alle wieder weg sein sollen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel nicht alles resetten wollen, sondern zum Beispiel nur für das Passwort hier resetten wollen, dann haben wir hier immer noch die Möglichkeit, ich gehe hierher und sage Punkt Controls. Das heißt, ich bekomme einfach alle Elemente hier zur Hand, die hier drin sind. Punkt. Und jetzt, äh, Quatsch. Ecke geklammern, weil das Ganze ja über Dictionary geregelt ist. Jetzt kann ich ja einfach den Namen angeben, den ich hier benutzt habe. Also mein Pass und die richtigen Anführungsstriche, ähm, Pass und dann nur Pass resetten. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich einlogge, resettet sich halt mein Passwort. Und das machen sehr, sehr viele Leute so. Da sagen sie einfach, okay, Passwort muss jedes Mal neu eingegeben werden. Ähm, ist alles kein Problem. Geht natürlich mit Template Driven auch, aber es ist ein bisschen umständlicher, weil ich nicht dieses Form direkt in der Hand habe. Und ja, seht ihr? Einfach nur Passwort verschwindet, alles andere bleibt stehen. Ist natürlich ein bisschen komfortabler, als wenn man alles verschwinden lässt. Man muss auch immer an die User denken. Ja, okay. Eine zweite Sache, die ich euch noch anbieten möchte, also quasi sozusagen ein Trick, was man hier machen kann, ist Default-Inhalte, die man hier direkt einfach mitliefert. Also sagen wir mal, ich möchte einen Default-Wert hier für meinen Vornamen bereitstellen oder Default-Wert für den Nachnamen oder für das Passwort. Für das Passwort vielleicht besser nicht, aber für die anderen beiden kann ich das ja machen. Und zwar hier kann ich zum Beispiel einfach sagen, ich möchte gerne Username drinstehen haben. Das sollte natürlich irgendwie Sinn machen. Also zum Beispiel irgendwelche sinnvolle Formulardaten, die man halt schon vorgeben möchte. Dann sagen wir hier, ups, sagen wir hier Nachname einfach. Okay. Und jetzt, wenn wir uns das Ganze anschauen, sieht das so aus, dass hier schon Username drinsteht und Nachname steht natürlich auch schon drin. Ganz einfach. Also hier einfach sozusagen vorgeben, was man reinschreiben kann. Achtung, das verschwindet allerdings nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, in CSS zum Beispiel, beziehungsweise in HTML direkt zu sagen, dass man hier sozusagen ein Template hat, dass das vorgegeben wird. Hier soll man bitte Vorname reinschreiben, hier soll man bitte Nachname reinschreiben. Das ist das nicht. Hier stehen wirklich die Werte drin. Das heißt, wenn ich jetzt Login mache, dann bekomme ich auch wirklich diese Werte hier durchgereicht. Also Username und Nachname. Und das sind keine, ähm, was soll ich eingeben Inhalte, sondern wirklich schon Inhalte, die man angeben kann. Okay. Ja, und das war es eigentlich von meiner Seite erstmal. Ups, äh, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal und machen dann direkt hier weiter. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.